Ich glaube, der Hauptgrund war, dass wir in Führung haben gehen können, hier in einer Eishalle, wo es sicher nicht einfach ist, zu geben in eine starke Mannschaft, die vor allem so stark ist am Rush. Und das war unser wichtigster Punkt in unserem Spiel, dass wir ihren Rush gut verteidigen, dass wir den in den Griff bekommen. Ich glaube, das ist uns über die weiten Strecken oftmals sehr gut gelungen. Und natürlich haben wir vorlegen können, waren da mit einer 3-0-Führung gut bestückt und haben unser Spiel natürlich auf dem aufbauen können. Nichtsdestotrotz war uns bewusst, dass viele auch jederzeit zurückkommen kann ins Spiel, was ihnen auch gelungen ist. Und dann war natürlich Ende zweites Drittel das vierte Tor für uns ausschlaggebend.